Olaf, du hustest ja. Du, Olaf hat Husten. Was? Das darf er nicht. Gebt ihm schnell das hier. WIG Formel 44. Ist extra stark. Geht bis tief in die Bronchien. Und beruhigt die Hustenzentrale im Gehirn. Wirst sehen, Olaf, das hilft schnell. Wenn Sie sich einen Husten wirklich nicht leisten können.